Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, mein Name ist G aus den Kryptografie. Ich bin euer Cryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, ja, wir haben gestern einen richtigen Breakout gehabt, sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin. Bitcoin nicht so extrem wie bei Ethereum, kann man davon ausgehen zumindest. Und ich denke zum Wochenende hin ist vielleicht ein leichter Rücksetzer möglich. Wir haben hier diesen Widerstand, der ist aktuell Support-Bereich bei ca. 1,700. Mal gucken, ob wir nochmal drunter kommen. Wenn wir da runterkommen sollten, wäre Richtung 1,500 nochmal der Bereich möglich. Wenn wir da drüber bleiben, wäre dann nächste Richtung 2,000, 2,200, so in etwa. Pien mal Daumen. Aber, ja, das ist für das Farming, das was ich betreibe, relativ egal. Ich habe gestern Abend ein kleines Update dazu gemacht, kann ich euch unten gerne verlinken. Und, ja, kommen wir zu den News. Wir haben bei Aave, ja, habe ich gestern in der Frühstücksendung darüber berichtet. Die haben ja vor drei oder vier Wochen bekannt gegeben, dass die mit einem eigenen Stablecoin GHO, wenn ihr euch fragt, warum das GHO heißt, das ist die Abkürzung für Ghost. Ja, Aave ist, ich glaube, der entweder schwedischer oder finnischer Begriff für Ghost. Und, ja, jetzt ihren Stablecoin heißt entsprechend Englisch Ghost. Und meine Erwartung war, dass 99,9% für Ja stimmen, ja, bei Aave. Und heute Morgen geguckt da drauf, es sind tatsächlich 99,996%, die für Ja gestimmt haben. So gesehen, also das wird definitiv durchgehen, denke ich. Und bei Aave Curve, das sind die zwei großen, die jetzt mit die eigenen Stablecoin rauskommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass die im Vergleich zu Frags zum Beispiel oder zum DAI eine höhere Adoption finden könnten, ja, weil einfach die Use Case schon vorher gegeben ist, ja. Und, ja, wir werden sehen. Und kommen wir zum nächsten, Tea Party. Tea Party, für alle, denen es nicht viel sagt, ich habe letztens zum Beispiel dieses Lens-Protokoll vorgestellt. Das ist der, sozusagen der erste Versuch, zarter Versuch vom Web3, ne, ein Social Media aufzubauen. Von Grund auf, auf ein komplett neues Konzept, in dem Sinne, dass jeder Benutzer in der Web3 Social Media praktisch selbst über die eigenen Daten verfügt, ja, wie man folgt, wie man weiterleitet oder, ne, weiter veröffentlicht, liked und, ähm, weiter, ja, in, äh, pusht sozusagen, ja. Und, äh, das ist, ähm, der Sinn von Lens-Protokoll gewesen. Und Tea Party ist, äh, praktisch ein, ein etwas höher, höheres Modul, was da drauf aufbaut, ne, die sagen, ne, die, die geben die Infrastruktur und wer, wer da drauf aufbauen will, kann natürlich eigene Apps erstellen mit den Grund, auf den Grundlagen basierend. Und Tea Party ist, äh, kann ich euch definitiv empfehlen, weil der Durchscroll, das macht schon Spaß an der Stelle, ja, ähm, geht so ein bisschen in Richtung, ja, fast in Richtung von TikTok, ne, weil wenn ihr nach unten scrollt, kommt halt immer mehr Meldung, immer mehr Meldung und, ähm, das geht in die Richtung praktisch Aufmerksamkeitsspanne und, aber ich meine, ist, ist, also, sag ich mal, Anfänger-App, ne, ist ein sehr rudimentär und sehr, sehr neu, ist es schon, also, aus meiner Sicht ziemlich gut gemacht und, äh, deswegen, ja, auch in der Ranking, wenn ihr auf diese, äh, Ranking-Liste geht von Lens-Protokoll, welche Protokoll, die da drauf aufbauen, die meisten Traction haben und so, da ist Tea-Protokoll, äh, Tea Party ziemlich weit worden, ne. So, wir haben, ja, die Inflationszahlen, ne, sind ja vor ein paar Tagen rausgekommen, ähm, äh, nicht, sorry, nicht Inflation, die, die Zinserhöhung ist rausgekommen am Mittwoch und jetzt haben wir gestern die, in Deutschland, ne, die, ähm, Inflationszahlen und die sind nicht schön, ne, und ist ein bisschen zurückgegangen, ne, und das ist halt das, was auch bei Spiegel-Titel, äh, steht und, ja, die Inflation ist zum zweiten Mal im Jahr hintereinander, äh, nach Mai, im Juni und jetzt, ähm, nochmal die Veröffentlichung nochmal zurückgegangen, das heißt, wir haben vermutlich die Spitze der Inflation erreicht, ja, oder hinter uns, ja, glaube ich nicht, ne, weil ich denke, wenn wir zum, zum, äh, dritten, vierten Quartal hin, äh, in den Winter hinein, dass da nochmal ein richtiger Spike kommen wird, aber, ja, ja, bin ich schon und, ähm, Hintergrund ist aber, von diesem Artikel, welches ich geschrieben habe, ja, ähm, der, der, der erste Punkt ist natürlich, steht hier nicht mehr drin, passt nicht mehr rein, man muss natürlich betrachten immer, das sind, das sind Veränderungen der Inflation, ja, die zurückgehen. Die Inflation selbst ist ja, ne, absolut gesehen bei 7,01 Prozent, die Veränderung ist zurückgegangen, ja, das heißt, die Schnelligkeit, wie viel die Preise steigen, ja, das ist so nach dem Motto, ähm, ja, wir geben, wir fahren auf der Autobahn, wir rasen, ja, auf dem Abgrund zu, ja, aber wir geben jetzt nicht noch mehr Gas, ja, das heißt, die, ne, wir rasen weiterhin auf dem Abgrund zu, das ist, ne, wir sind nicht gewendet oder sonst was und nur, wir geben weniger Gas, ne, das heißt, wir werden nicht noch schneller auf dem Abgrund zu rasen, das, ne, so wie man das verstehen kann, praktisch Rückgang von Inflationszahlen und der zweite Punkt ist, ne, ich habe mal durchgerechnet, kommt ziemlich genau hin, ne, bei 2 Prozent Inflation, da ist ja das Ziel, ne, vor allen Ländern sozusagen 2 Prozent Inflation hinzukriegen, während, hätte man nach 35 Jahre eine Verdopplung, ja, der Kosten oder, sag ich mal, eine Halbierung von Kaufkraft und, ähm, bei 8 Prozent, wo wir etwa aktuell sind, ja, laut der statistischen Meldung, auch da dran denken, Statistiken kann man fälschen, ja, wie man so schön sagt, es gibt keine Statistik, die nicht gefälscht werden kann und, ähm, bei 8 Prozent wäre es neun Jahre, ja, Verdopplung der Preise, beziehungsweise Halbierung der, ähm, der, der, wie sagt man das denn, Kaufkraft und auch hier, ja, das sind Aussagen, die, die mit vor sich zu genießen sind, denn, ne, ne, ihr seht ja am Gold, hat in den letzten 10 Jahren nichts verändert, das heißt auch, Inflation trifft auch nur die Sachen, die tatsächlich, ne, gebraucht werden und tatsächlich, ähm, in Preise steigen, dadurch, dass mehr im Umlauf an Geld gebracht wird, wo, ne, der, dieser Bedarf, äh, nicht der Bedarf, der Supply gleichbleibend ist, das heißt, insgesamt, ja, im alltäglichen Leben, vor allem im Energiesektor, das haben wir jetzt gesehen, ja, aber bei Investment und so Häuser, zum Beispiel, typischerweise, ja, da steigen auch die Preise kontinuierlich, aber, also die Inflation, die trifft unter den Sektor eben unterschiedlich stark und, äh, das muss man auch im Hinterkopf verhalten. Peter Schiff freut sich, ja, dass sein, sein Gold, äh, seine Gold-Bucks in den letzten 10 Jahren an Preisen nicht verändert hat. So, jetzt kommen wir zum nächsten, ähm, das ist die Bruttoinlandsproduktion, ja, von USA. Ja, ich hab gesagt, ähm, nach der Zinserhöhung war das gestern praktisch der letzte Meilenstein, bevor alles nach oben gehen wird, ja, oder zumindest entspannter wird, weil, ne, die, die Bruttoinlandsprodukte ist natürlich große Anzeige nach der früheren Definition, in Anführungsstrich, was Rezession ist, ja, Bidens Administration hat ja gesagt, ne, wir verändern jetzt die Definition von Rezession, ja, die frühere Definition des Zweiquartals, die Bruttoinlandsprodukte, ähm, nie negativ sind, ne, das zählt dann theoretisch als Rezession, das lassen wir jetzt nicht mehr gelten, also, wer will, kann es noch weiter verwenden, aber die neue Definition, die von uns herausgegeben wird, ist eine um, äh, ganzheitliche Betrachtung der Wirtschaft und, ähm, ja, dieses rausgekommen, war, es sind minus 9%, äh, minus, nicht, minus 9, minus 0,9, also fast 1% im Minus, die Erwartung war im Plus, also leicht im Plus 0,3% und, ja, da kann man auch mal sehen, äh, dass die Analysten, Statisten, die Ökonomen alle, ne, an der Stelle praktisch auch nur Darts an die Wand werfen, ja, und das, äh, was dabei rauskommt, ne, werden publiziert. Ja, das ist auf jeden Fall das, aber, ne, anhand großer Zahlen von, ähm, wo hab ich die, ich hab die später, wahrscheinlich die News, von Apple und von Amazon sind die gestern Zahlen rausgekommen, beide überaus positiv, also besser als die, ähm, Analysten erwartet haben und, das ist noch nicht mal, ähm, das, der Schlag, Ausschlaggebende, sondern, dass die Erwartung für das dritte Quartal, ja, die haben beide gesagt, zweites Quartal war erwartungsgemäß schwach gewesen, das haben, ne, nach dem ersten Quartal gesagt, aber jetzt haben die gesagt, der dritte Quartal, besonders zum Jahresende hin, erwarten die eine Zunahme, also Steigerung von Profit, besonders Gewinn, und das ist eben der Faktor gewesen, die eben die beide Aktien an der Stelle beflügelt hat, ich glaube, Amazon hat 12% so nachbörslich, ähm, zugelegt und auch Apple hat ziemlich einen Sprung nach oben gemacht, ja, und da drauf hin, ne, die Wirtschaft, du sagst, die Börse, vor allem, und natürlich, Krypto hängt ja mittlerweile ein bisschen an der Börse, haben natürlich beide super positiv drauf reagiert, dass solche große Giganten, ne, diese Nummer 1, Nummer 2 der Börse, so positiv ihre Aussicht geäußert haben, so, wir haben, ähm, das ist tatsächlich aus meiner Sicht einer der größten Entwicklungen, ja, ich hab, ich meine, ich hab momentan gerade eine, äh, Präsentation, ne, also eine Folge für euch fertig, wo ich in den nächsten ein, ein Jahr, sag ich mal, ein bis zwei Jahre die größte Entwicklung, das größte Potenzial sehe, und eines darunter ist dieses Layer Zero, ja, das hat, das kam letztes Jahr, Ende letztes Jahr heraus, es ist ein Protokoll, was, ähm, praktisch, wo die sagen, hey, das, die Struktur, die wir aktuell haben, ja, diese Multi-Chain-System, diese Bridges, die auf Smart Contract basieren, das ist alles unsicher, ja, und das braucht man nicht, ja, das, doch, das braucht man schon, aber es gibt eine bessere Lösung, dass die sich eingefallen lassen haben, und zwar, das basiert auf Messaging, das heißt, die haben praktisch eine Schicht, die da drunter, drunter, unter diesen ganzen Strukturen, die wir jetzt aktuell haben, ja, diese ganzen Chains und so weiter aufgebaut, ja, was nur auf Nachrichtenaustausch, ähm, basiert, ja, das heißt, theoretisch, ne, wenn ich Sushi wäre, ja, und das ist jetzt Sushi, die haben das tatsächlich so umgesetzt, wenn ich Sushi wäre, ja, ich bin, ich bin auf Multi-Chain, ne, auf 20 unterschiedlichen Chains, und statt, ne, über Bridges die Fonds hin und her zu schicken, kann ich einfach sagen, als Benutzer, hey, ich habe auf der Avalanche Chain 20, ähm, Bitcoin liegen, ja, ich habe da auf der Solana Chain, Solana vielleicht nicht, aber Phantom, ja, Phantom oder auch Ethereum Polygon, ich, ne, ich will, ich will dorthin, ja, statt mein Fonds da über eine Bridge Smart Contract hin und her zu bridgen und dann auf der Zielchain zu wechseln, brauchen ja nur meine beiden Instanzen, ja, von meinen Sushi, was ich ja deployed habe, diese Code von Layer Zero zu adaptieren, ja, zu implementieren, das heißt, nur einfach per Nachricht rüber schicken, ja, das heißt, hey, Sushi auf Polygon, ja, ich bin Sushi auf Avalanche, mein User hier, ja, will auf der, auf deine Seite 5000 Matic rausholen, ja, was muss er dafür bezahlen, dann sagt der Sushi auf Polygon, hey, für 5000 Matic bei mir hier, ja, soll der User bei dir zwei Bitcoin hinterlegen, ja, und dann sagt der Sushi Matic sozusagen zum User auf der Avalanche Blockchain, hey, gib mir zwei Bitcoin, dann kannst du auf der anderen Seite bei Avalanche auf Polygon deine 5000 Matic abholen, so funktioniert das, ja, einfaches Messaging, kein hin und her bridgen mehr und, ähm, das ist so das Prinzip, ja, wie die sich das vorgestellt haben und das jetzt nach und nach immer mehr Protokoll auch tatsächlich dieses, äh, anwenden, also diese Anwendungsfile Layer Zero adaptieren, das ist ein großer Fortschritt, ja, und das ist, ähm, glaube ich, also könnte tatsächlich eines der tatsächlich großen Visionen von Multi-Chain Welt in der Krypto umsetzen, denn, ja, ab irgendeinem bestimmten Punkt, ihr seht hier, ja, wir haben einen einzigen Interface zum Swappen, ich habe hier Arbitrum mit Magic Token und Polygon und Matic Token, ja, und könnte einfach, ne, mit einem Klick das Ganze swappen und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ne, mit korrekten Interface, mit, äh, höheren Geschwindigkeit, Sicherheit und so weiter, dass es massentauglich gemacht werden kann, ja, wenn man sowas hier auf dem Handy einfach hat, statt, ne, äh, 20 Klicks zu machen und dann auch noch zu warten zwischen und so weiter, ja, das ist eine große Sache. So, wir haben, ja, das sind die Quartalszahlen, genau, von denen ich gerade gesprochen habe, Apple, ja, und bei, ähm, bei Amazon. Wenn ihr solche Nachrichten haben wollt, also tatsächlich verfolgen wollt, kann ich euch empfehlen, mich auf Twitter zu folgen, ähm, mir auf Twitter zu folgen und, äh, denn da poste ich regelmäßig tagsüber Nachrichten, die ich aufschnappe, filtern, ein bisschen nach Wichtigkeit und, ne, vor allem, was die Krypto-Bedeutung sind und, ähm, ja, das ist mein Twitter und kommen wir zum nächsten Girlie, Girlie Update, ja, das ist, äh, der größte Meilenstein, bevor, äh, den echten, der Merch, der im September kommen soll und für das Girlie Update, ähm, der ist Anfang August, ja, nächste Woche stattfinden soll, da, ähm, wird der Beatrix Upgrade gemacht, am 4. August und, ähm, zwar, damit, ne, das Girlie mit dem Praetor zusammengefügt werden kann, ja, Praetor ist der, ähm, Proof of Stake und danach, ne, heißt es statt Girlie Praetor nur noch Girlie, ja, das ist praktisch das neue Testnet, was auch Proof of Stake läuft und, ähm, die Aktivierung findet dann bei diesem TTD statt, ähm, vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, irgendwann im, ähm, auch Anfang August, ja. Das ist also praktisch der Schritt, der auf jeden Fall erfolgreich sein muss, ja, damit der ganze Zeitplan nicht durchgebracht, äh, einander gebracht werden, ähm, durcheinander gebracht wird. Falls, falls, ja, ich gehe nicht davon aus, dass es passiert, aber falls bei Girlie was schief geht, ja, der komplette Merch-Fail schlägt oder irgendwelchen großen, bedeutungsvollen Fehler auftraucht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Merch nochmal um einen Monat nach hinten verschoben wird und entsprechend, ja, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch der Kurs von Ethereum drauf schlecht reagieren wird. Das heißt, das wird tatsächlich nächste Woche ein Punkt, wo ich sagen würde, ne, falls man im Ethereum schon drin ist und noch nicht positioniert ist, dass man das im Auge behalten sollte, ja, und entsprechend, ähm, danach, je nachdem, ob das gelungen oder fehlgeschlagen hat, größere Volatilität dabei herauskommen könnte. Das ist also, ne, 4. August, nächste Woche, immer kaufbehalten. EVM, ja, da Ethereum, ne, aktuell hochkocht und die ganzen Layer 2 vor allem, das ist auch ein großer Bereich, ne, gehört in die Sendung, die dann, die noch kommt in den nächsten Tagen, ähm, und da gibt es natürlich zwei große Begriffe, EVM-Kompatibilität, Compatibilität und EVM-Äquivalenz, ja. Ähm, kurz gesagt, ja, Äquivalenz ist praktisch 1 zu 1, ne, ist, ähm, wie das echte EVM und, äh, das Kompatibilität ist eben eine eine abgespeckte Version, da kann man davon sehen. Hier gibt es zwei gute Artikel, habe ich euch unten verlinkt, sind natürlich beide, ne, ähm, das eine ist von Optimism, von der, ne, ähm, Layer 2 und das andere ist von Metis, MetisDAO ist auch von der Layer 2 Lösung, das heißt, beide sind an der Stelle am Anfang relativ, ähm, objektiv, ja, um die Sache erklären, nach unten hin, natürlich für sich selbst werbend, ja, äh, muss man auch im Hinterkauf behalten, wenn man sowas liest. So, das Nächste, es geht um Solana, ja, das heißt, wir hatten ja in den letzten Tagen mal die Nachrichten gehabt, dass viele, ne, Solana-Top-Leute abgesprungen sind, rüber ins Abtoss-Lager, abgesehen davon, ja, Solana ist immer noch eines der Chains, wo ich denke, wenn der nächste Bullen-Run kommt, ja, dass die viel Potenzial haben, ja, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass die FTX und Almeda Research als, äh, große Finanziers dahinterstehen, ja, die haben einen großen Stake da drauf. Und, ähm, ja, jetzt haben die endlich, endlich diese Fees eingeführt, ja, ich hab ja, ähm, vor, ich glaub, zwei Monaten oder so auch ein Video dazu gemacht in der Frühstückssendung, dass bei Solana, weil die Fees, ne, so niedrig gefixt sind, dass da, man kann sich so vorstellen, das sind so riesige Bussen, ja, da passen tausend Leute rein in einen Bus, aber das sind aktuell tatsächlich nur zwei, drei Leute, die wirklich was auf der Chain machen zum Swappen oder Staking oder irgendwas, ja, dass die restlichen Leute praktisch, äh, nur Pappschilder sind, ja, ja, das heißt so Pappfiguren, die man in den Bus reinstopft und das sind, äh, die Pappfiguren sind von Bots erzeugt, ja, die, die pumpen diese Bussen so voll, ja, mit nutzlosen Transaktionen, die praktisch nur Dummies sind, damit die etwas abgreifen können. In erster Linie geht es an der Stelle eben um, äh, um Arbitrage und um NFTs, ja, hauptsächlich. Und, ähm, ja, das, das ist eben das Problem, ne, bei super günstigen Chains, die keine Fee-Market haben, Fee-Market heißt einfach, wer mehr bietet, darf sich vorne dran stellen, ja, und, ähm, ohne Fee-Market ist es einfach wie Kommunismus, ja, alle kriegen das Gleiche und zahlen das Gleiche und, ähm, ja, nachdem die die Fees eingeführt haben vor einem Monat, ähm, wenn man hier diesen Thread durchliest, ne, fängt es schon an, nach oben zu gehen und die aktuell am größten Zahl sind, ja, wer, wer hätte es anders erwartet, Bots, ne, Bots, 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 ja, Arbitrage-Bots, ne, die natürlich zwischen den unterschiedlichen Decks hin und her, ähm, die Dinger schieben, ja, Market Maker, Market Maker sind typischerweise von, ähm, Handelsplattformen, ja, Decks, ähm, Optionsplattformen und so weiter, ne, die dort die Preise, ne, zur Verfügung stellen und natürlich MEV-Bots, ja, MEV-Bots ist, das ist nochmal ein ganzes Thema für sich, ich habe überlegt, ob ich damit, äh, vielleicht eine extra Sendung dazu mache, könnt ihr mir gerne unten kommentieren, MEV ist eine große Geschichte, ja, vor allem auch im Ethereum-Bereich, weil das ein riesiger Markt ist, ja, und, äh, ja, das ist auf jeden Fall Solana, wir werden sehen, wohin die Reise geht, vor allem, ne, mit den Gebühren, wenn es langsam hochkommt, und nächste Nachricht, Abitrum Nitro, 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 auf Deutsch, Nitro, Englisch, ähm, das ist der Grund, der damals, ne, Abitrum, die Odyssey abgebrochen haben, die haben gesagt, hey, äh, wir haben jetzt gemerkt, dass die Auslastung der Chain so hoch, ne, das war ja teilweise auf Abitrum die Fees höher gewesen als auf Ethereum, ja, und da haben die Leute gedacht, wie kann das passieren, wie kann das gehen, das ist eine, ne, Layer-2-Lösung, ja, wo alles, alle Transaktionen zusammengepackt werden, ja, kann man sich so vorstellen, wieder zurückgeschickt auf Ethereum, damit alles günstiger ist, ja, aber wie kann es sein, ne, wenn das passiert, dass auf Abitrum die Fees für eine Transaktion höher ist als auf Ethereum, ja, und, ähm, das liegt da dran, dass Abitrum absichtlich einen Drosselung drin hat, ja, ja, praktisch so einen absichtlich eingebauten Flaschenhals, das ab einem bestimmten Limit, ich glaube, die haben das gesetzt auf 25% oder 3%, ja, äh, der Auslastung, die Fees automatisch nach oben gehen, ja, das heißt, obwohl die noch Kapazität haben, werden die nicht mehr benutzt, sondern, ne, man muss sich anstellen, kann man sich so vorstellen wie ein Stadion mit einem Tor, ja, und, äh, Nitro ist, ähm, nach deren eigenen Angaben der nächste Upgrade für das Netz, ja, damit dieses, äh, das schon halt aufgelöst wird, dass alle, ne, gleichzeitig die maximale Kapazität auch nutzen können, und das ist schon, also schon seit März oder, ähm, Februar, glaube ich, im Testnetz, jetzt ist das, äh, live geschaltet in dem Ringbeat Testnet, ja, das heißt, dort können, äh, Leute ihre Skripte oder ihren Tools, ihren Protokollen, äh, testen, wie man will, und, äh, das ist halt, ne, das ist allernächste zum, zum Live-Schaltung, das heißt, ich gehe persönlich davon aus, das ist meine Einschätzung, ja, denkt dran, ich bin kein Entwickler, vielleicht wir auch nicht da im Team und so, aber mein Gefühl sagt, ich denke so, vier Wochen, sechs Wochen, das wird etwa der Zeitraum vermutlich sein, ja, bis sie das live tatsächlich übernehmen, und danach schätze ich vielleicht, ne, nach Abstimmung, äh, Koordination vielleicht nochmal zwei bis vier Wochen, bis das Arbitrum Odyssey auch live geht. Ja, das ist auf jeden Fall die Nachricht, ähm, wir haben, ja, ein, äh, FI, 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 die FED, ja, die, ähm, die, ähm, US, äh, Zentralbank und die FDIC, das ist die, äh, Bankensicherung, die haben, äh, Voyager, ähm, gedroht, ja, und, äh, gesagt, hey, das geht nicht, ja, dass ihr einfach damit wirbt, ähm, und ihr müsst das unbedingt rausnehmen, ja, das gehört sich nicht, nach dem Motto, also, weil, ähm, Voyager hat, das haben auch viele Leute darauf hingewiesen, die haben in ihren Anzeigen, beziehungsweise auch Werbung und in ihren eigenen, äh, auf deren Seite, ja, beschrieben, dass die Einlagen, ja, das Geld, was die Anleger bei denen hinterlegen, bei der Metropolitan Bank hinterlegt sind, ja, und durch diese Bankensicherung, die FDIC Insurance, ne, ähm, abgesichert sind, das ist wie bei uns, ne, wenn ihr Geld auf die Bank bringt, die Bank wird abgebrannt, überfallen und so, da seid ihr abgesichert durch diesen staatlichen Bankenschutz, ja, und dort ist es auch bis Viertelmillion, glaube ich, abgesichert und das, die haben das halt tatsächlich auch so beworben, ja, und, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, ne, dass nicht, dass noch nicht mal, ja, dass die praktische Investoren Anlegergeld an der Stelle, ne, selbst, äh, verscherbelt haben an 3EC oder aus welchem Grund, sondern, dass die, diese falsche Werbung, ja, dass die dadurch ziemlich viel Ärger kriegen könnten von Anleger, weil, ne, die natürlich falsche Werbung gemacht haben, ja, was nicht, äh, nicht Sache ist, und, ähm, mal gucken, wann Class Action lawsuit kommt. Wir haben, ja, in Miami, Miami ist natürlich neben New York, ähm, USA und, äh, natürlich Texas, ist auch ein großer Hub für Krypto, äh, und Wyoming natürlich, Wyoming, das sind, ne, die DAOs-Gesetze und da ist natürlich auch Senator Loomis ansässig, die, eine der größten Krypto-Befürworterin in den USA und, äh, Miami ist natürlich, was, äh, Adaption angeht, das heißt, die Verbreitung, ne, mit, äh, mit dem Bürgermeister, der total pro Krypto ist, ähm, habe ich letztes Jahr auch drüber berichtet, die haben diesen Miami-Coin eingeführt, ja, da habe ich damals noch gesagt, wofür brauchen die einen Miami-Coin, das ist so, ja, gut, der Miami-Coin ist halt um 9, 9 Prozent abgestürzt, ja, äh, war nicht anders erwartend gewesen, wirklich. Und jetzt machen die eine Kooperation, ja, mit, ähm, großen namhaften Häuser mit Time, ja, dieser Time-Magazin, mit Mastercard und Salesforce. Und zwar, äh, 5000 NFTs, auch von, äh, vielen Künstlern, die das zusammengetrieben haben und, äh, gesammelt haben, ja, die da, ja, Kunstkollektion rausbringen und das Ganze, aber auf eine eigene Chain von Salesforce betrieben. Und da habe ich mich gefragt, äh, haben wir nicht schon genug Chains? Ja, noch eine eigene Chain, was macht das für einen Sinn, ja, wirklich. Und, äh, ja, ich kann euch sagen, was das für einen Sinn macht, die, durch den Miami-Coin, ne, haben die auch 8 Millionen eingesammelt einfach und, ähm, ja, das ist auch nichts anderes, ne, für die Staatskasse ein bisschen Geld sammeln und vor allem, ihr wisst ja, wie das der NFT ist, ne, bei jedem Weiterverkauf fallen wieder Gebühren an, die automatisch an den ursprünglichen Gründer, in dem Fall natürlich die Stadt Miami gehen und, ähm, und eine letzte noch, haben wir Axie Infinity. Könnte vielleicht sogar zusammen, äh, damit hängen, ne, ihr wisst ja, ich habe drüber berichtet und damals habe ich nur gesagt, ähm, ich kann es nicht ganz verstehen, aber ich kann es nachvollziehen, ne, das war vor, ich glaube, drei, vier Wochen, da hat Binance gesagt, hey, ähm, nach dem Axie Hack, ja, wie es damals war, ähm, wir, ne, wir stehen hinter dem Projekt, deswegen, äh, stoßen wir eine neue Funding-Runde an, wir sammeln neues Geld, frisches Geld für Axie Infinity, also fürs Studio, ja, und, ähm, ne, vielleicht werden die, äh, Anleger, die da was, dabei was verloren haben, wieder entschädigt werden, so. Und dann hat, ne, vor einem Monat Binance gesagt, äh, wir steigen aus, ja, wir sind nicht, wir stehen weiter hinter dem Projekt, aber wir sind nicht mehr, ähm, anführend für diese Funding-Runde, also das Geld zu sammeln für Axie, weil, ne, die haben das Name also gegründet, weil Axie selbst, ähm, genug Geld mittlerweile hat, ja, oder angesammelt hat, um selbst die, die, äh, Geschädigten zu entschädigen. Und, ähm, das kann natürlich einerseits damit zusammenhängen, ja, dass, ähm, der Markt sich wieder erholt hat, ein bisschen, also, ne, der Spielemarkt, was ich nicht glaube, und, ähm, aber, ja, ich meine, jetzt mit dieser Nachricht, ne, ich kann schon nachvollziehen, dass die an der Stelle vielleicht sogar früher als wir hier, ähm, mitgekriegt haben, dass der CEO von Axie Infinity, also nach dem Hack, ne, muss man die Zeitlinie betrachten, also es, es passierte der 600 Millionen Hack, ne, durch die Nordkoreaner und danach hat der CEO von Axie, bevor jemand anders wusste, ja, hat er drei Millionen wertigen EXX-Token, das ist der Token von Axie Infinity, rüber transferiert auf Binance und nach drei Stunden später haben die dann öffentlich, also in der Öffentlichkeit eine Bekanntgabe gemacht, wir wurden gehackt, uns wurden 600 Millionen gestohlen, ja, und da ist dann natürlich, ne, alles in den Bach hinuntergegangen und, ähm, ja, jetzt, äh, wirft man ihn, ne, den, den CEO Insider Trading vor, weil der hatte natürlich Informationen an der Stelle, die niemand anders hatte, ja, und hat da draufhin natürlich auch gehandelt, und, ne, weil das eben zu Binance transferiert hat, also, ich meine, das würde theoretisch ein Puzzleteil darstellen können, ja, denkt dran, Aluhut, ja, ich setze mir das öfters mal auf, ne, um, und, äh, dass die dann gesagt haben, hey, das ist uns zu, äh, nicht so koscher, was da vor sich geht bei Axie und deswegen, ja, sind wir jetzt raus. Ja, das sind die News von heute, Freitag, ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende allenseits und, äh, bis zum nächsten Mal, mein Name ist Gigi aus dem CryptoCafe, ciao, ciao.